So, wieder ein Windwurf, ne? Windwurf kümmere jetzt ja langsam schon, ne? Wunderbar. Angeflogen. Da haben wir den Vatikanesl hinten. Da habe ich alles hergekriegt. Schauen wir mal. Was meinst du? Haut sie hin oder nicht? Was meinst du? Haut sie hin oder nicht? Schon. Haut hin. Freilich. Schauen wir mal. Ob er viel reflekt oder nicht. Und dann sehen wir ihn raus. Den grumpen Hund da. Da raus, dass er ihn in tausend Fetzen zerreißt. Also ich geh entumme, gell? Heute fuhre ich ein bisschen weg. Wohle denn? Der Hund lehnt. Ich glaube, wenn es die Hütte ist, dass der Koste ein Hauseil spielt. Der Koste ein Hauseil spielt. Kann ich? Ich stelle mich auch mal her. Koste ein Hauseil spielt. Koller. Oh Gott, ich schaust, komm. Schaust, komm. Hygge, kolla. Sand, 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 sandig, sandiger Buhn. Sandiger Buhn. So. Mal schauen, was ich hin180, oder? Mal schauen, was ich hin zu tun? Oh. 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 What's this? Nur mal gut gegangen. Jetzt wächst er wieder. Wächst er wieder. Oder? Brötzertisch. So, jetzt lasst man raus den Gruppenhund. Oh! Ganz genau! Vor dem Klump werden sie noch 5 Meter zer. Wahnsinn! Wohl! Kostet anders Arbeit. Bitte nicht nachmachen. Aber es geht nicht anders. Gib mir mal die Kamera, eine Zeug, dass es da genau ausgibt. Führer. Da ist da der Strich. Da. 5,50 Meter. Und da ist Klump. Kannst du vergessen. Wahnsinn! Mach mal da so gut. So. Das Gweiner von 50. Nicht unbedingt so toll. Nein, sind wir nicht zufrieden. Liegt vielleicht an der neuen Ketten. Das ist vom Backelwasser. Kannst du vergessen. Ja. So. Jetzt ziehen wir weiter. Schnee mal ab. Ja. Super. Ja. 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 Da bin ich auch rund. Die Fuchs. Die hat viel gedacht. Das gibt es ja gar nicht. Aber da kannst du nichts machen. Aber da kannst du nichts machen. Wie willst du das machen? Du weißt, das ist Verhältnis. Du kannst nicht umeinander zeigen, weil ein Ochs geht. Ja. Ja. Das ist gut, wenn wir ruhig heute noch zu Hause gehen. So. Jetzt schneiden wir noch. Ja. 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 Es ist Wahnsinn, das haben die Teiern dann, ein Haferrest und du brauchst Stunden. Jetzt trinke ich was und dann gehts. Jetzt sind wir raus. Jetzt sind wir raus. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wie ist die Räder für die Räder? Das ist die Räder. Was ist das denn da? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020